Aussagen von Wissenschaftlern wurden in der Pandemie politisiert wie nie zuvor, gleichzeitig hat die Politik Freiheitsbeschränkungen durchgesetzt, ohne dass die Datenbasis es hergab. Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey lieferte dafür eine seltsame Begründung. Am Anfang der Pandemie gab es in Deutschland eine Umfrage, ob die Politik beim Corona-Management auf die Wissenschaft hören solle. Über 80 Prozent der Befragten sagten, ja. Es wurde eine Schlüsselfrage der folgenden Monate. Eine Zeit, in der sehr viele Menschen verstanden, dass auch die Wissenschaft keine absoluten Wahrheiten parat hat und dass sie vielstimmig ist. Dass sie gerade in einem so lange andauernden Ausnahmezustand interdisziplinär agieren muss und neben Epidemiologen und Virologen auch Pädagogen, Psychologen und Ökonomen gefragt sind. Und doch hat sich immer wieder die auf den ersten Blick paradoxe Situation ergeben, dass wissenschaftliche Erkenntnisse politisiert wurden wie nie zuvor und sich gleichzeitig die Politik von ihnen abgekoppelt hat. Dieses Gefühl verbreitete sich im vergangenen Frühjahr, als ein unübersichtlicher Flickenteppich von Maßnahmen das Land überzog. Und auch jetzt macht es oft genug den Eindruck, dass mit Zahlen Politik gemacht wird, statt Politik zu machen, die sich auf Zahlen gründet. In Hamburg und Bayern begründeten Ministerpräsidenten ihren Umgang mit Geimpften und Ungeimpften mit Inzidenzen, die nur entfernt etwas mit der Realität zu tun hatten. Und da sind Auftritte wie jener der Berliner Bürgermeisterin Franziska Giffey, die einen im besten Falle ratlos zurücklassen. Am Abend nach der Ministerpräsidentenkonferenz trat Giffey die stellvertretende Vorsitzende des Gremiums in den Tagesthemen auf, um Fragen zu beantworten. Zum Beispiel zu den 2G-Plus-Maßnahmen, die viele Gastronomen in tiefe Verzweiflung treiben. Sie erklärte sinngemäß, es sei wichtig, Vorsicht walten zu lassen, wo Menschen zusammenkämen. Und das 2G-Plus ja nicht nur heiße getestet, sondern eben auch geboostert, also zum dritten Mal geimpft. Auf den nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen berechtigten Einwurf, dass sich auch Geboosterte infizieren könnten, insofern Testen für alle konsequenter gewesen wäre, sagte Giffey, es gehe darum, ein Zeichen zu setzen. Und einen Anreiz zu schaffen. Anreiz, Zeichen. Die Selbstverständlichkeit, mit der eine Ministerpräsidentin Einschränkungen der Grundrechte nicht mit medizinischer Notwendigkeit, sondern, nun ja, Fürsorge oder Moral begründet, ist erschreckend. Für einige Menschen hat das existenzielle Folgen. Für alle aber ist es eine Niederlage der Freiheit. Untertitelung des ZDF.